Willkommen zurück! Zelda Ocarina of Time mit mir! Äh, blablabla, immer noch Waldtempel! Also quasi da, wo ich das mal stehen geblieben bin. Ähm, ich wollte mir eben gucken, was hier so alles gibt. Also quasi mir einen kleinen Überblick verschaffen. Okay. Ich glaube, diesen Stein kann ich drücken. Ich habe da so eine Vermutung, was ich da machen muss. Oh, warte mal, hier ist eine Leiter! Ich schaue mich erstmal natürlich hier um, damit ich jetzt mal hier mitkriege, was ich dort machen soll. Ups, vielen Dank! Mir fällt gerade auf die Mucke hier. Ist ziemlich gut. Äh, Moment. Moment, Moment. Äh... 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 Ich bin verwirrt. Aber okay, ich hatte ja erstmal vor, letztes Mal, das ist also noch ein zweiter Stein zu schieben. Die hatte ich erstmal vor... ...ran zu schieben. Irgendwo. Jetzt wieder zurück. Da war ja gerade so letztes Mal so Pfeile und die haben ja in die Richtung da gezeigt. So. Kann ich jetzt in die Richtung schieben? Ja, kann ich. Aber das werde ich jetzt mal probieren. So, ihr seht ihr, wohin die Pfeile zeigen? Nach da. Ich hoffe, das stimmt auch und die verarschen mich nicht. Wäre ein bisschen uncool. Ah, okay, weiterschieben kann ich nicht. Äh... Mal hier rumlaufen und dann versuchen wir den dann da hinten reinzuschieben. Das ging hier glaube ich, ne? Ja. So. Ob das irgendeinen Sinn hat? Ich weiß nicht. Anscheinend schon. Kann ich da hinauf? Kann nicht, ja. Ja. Okay. Dann mal jetzt hier rauf. Äh? Nein, Quatsch. Hier war doch irgendwo die Leiter. Hier. Hä? Hier. Hier, hier, hier. Da. Okay. Hm. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Zelda wohl das momentan beliebteste Projekt bei mir ist. Ähm. Da schaut ihr irgendwie alle ziemlich fleißig. So, okay, da komme ich irgendwie nicht drum. Also kann ich das nur noch verdammt nach da wegschieben. Komisch. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Ah, da ist ein Pfeil. Okay. Der Pfeil zeigt mir auf jeden Fall in die Richtung. Das ist schon mal gut. Okay. Weiße schieben kann ich nicht. Gibt es hier einen anderen Weg. Komm ich da rüber? Bringt es mir überhaupt was, wenn ich da rüberkomme? Nächste Frage. Das ist die nächste Frage. Hm. Geh mal runter. Ach, verdammt. Geh mal rauf. Hm. Nichts zu holen? Scheinbar nicht zu holen. Okay, jetzt bin ich da mal ein bisschen verwirrt. Also jetzt komme ich gerade so nicht ganz weiter. Da möchte ich... Oh, verdammt. Hoch. Okay, da bin ich dann hier unten. Okay. Hm. Also nochmal rauf. Weil hier gibt es sonst gar nichts. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Moment, Moment. Moment, Moment. fängt es an ich habe gestern es war schon probiert aber es hat nicht funktioniert nein hat es noch nicht gucken geht es was darüber zu jumpen nein geht mal gar nichts die treppe und hierunter hat nichts gebracht ich muss ja irgendwas mit diesem kopf zu tun haben irgendwas muss sie mit diesem kopf zu haben er hat ja irgendeinen sinn gehabt aber ist ja auch nirgendwo da irgendwas wo ich mich festhalten kann ach mein wasser der einfachste weg der na ja 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 ich bin ein depp ich weiß welche richtung muss ich denn richtig okay ich bin die richtige richtung ja manchmal übersieht man doch das offensichtlichste dass dann direkt bekannt ist wo man sich daran festhalten kann okay ich muss jetzt mal gleich jetzt hier rauf ja auch sehr gut rechts links links ist nicht gut rechts ich höre gegner ich höre irgendwas und wik 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 da ah da ja komm schon ran hier zack ich mache mir ganz einfach in dem ich dich zack der raum ist ja mal cool ich liebe es euch was dieser korridor ist völlig verdreht ich liebe sowas ohne witz wenn die entwickler auf solche dingen kommen finde ich das saukool achte auf die schatten der kreaturen die an der decke hängen was hängt in der decke der hängt auch gar nichts na wie was ist na wie hier befindet sich eine schatzkiste ja schön aber so viel zu dem thema hände ich kann hier runter denn mir fehlt auf jeden fall eine truhe also ein schlüssel um da rein zu kommen hallo hand verpiss dich blödes tisch wo habe ich das viel geld aber ich habe keinen zweiten schlüssel keinen dritten schlüssel uncool das sagt mir ich sollte definitiv zurück glaube ich und irgendwie habe ich das gefühl dass ich den raum irgendwie drehen muss nur wie mache ich das nur wie mache ich das oh nein hier komm mal ran hier und die gegner enttöten dann habe ich auch ein bisschen spielzeit ja ich glaube das funktioniert ja auch nicht oder ne das wäre auch zu viel glück habe ich irgendwas muss abzuschießen für den arsch hat nichts karte muss in der boss ich bin 21 ja ich komme da nicht mehr weiter glaube ich ja immer sicher ok nochmal da eben rein vielleicht gibt es ja noch irgendwo quatsch kommen nicht weiter in bayern das heißt ich muss wohl zurück und eben schlüssel suchen noch online das ist nicht was mich durch kürzen wird kämpfen sowieso nichts also den leiter moment das können sie auch eine idee sein ok ok ich sehe gerade auch wir müssen eben schnitt machen denn das video ist wieder ein bisschen zu lang also bis gleich bis gleich bis gleich